Ich finde, wir können so viel aus Fehlern lernen. Entweder wir machen die Fehler selbst oder wir lernen von Menschen, die die Fehler vor uns gemacht haben. Ich habe mir jetzt Warren Buffett ausgesucht, weil er natürlich einer der größten und erfolgreichsten Investoren unserer Zeit ist. Er ist natürlich nicht der Einzige und auch nicht fehlerfrei, aber in seinen Sätzen steckt so viel Weisheit und Erfahrung drin, sodass, glaube ich, jeder, der am Anfang steht oder jetzt von diesem ganzen Marktgeschrei etwas verwirrt ist, etwas rausnehmen kann für seine eigenen Investoren. Hi, ich bin Kai von Geldkater. Ich will gar nicht um den heißen Freih herumreden, sondern starten wir direkt mit dem ersten Zitat. Kaufe eine Aktie, so wie du ein Haus kaufen würdest. Verstehe und schätze es derart, dass du dich damit abseits jedem Marktes damit vergnügen würdest. Was kannst du dir aus diesem Vergleich einer Immobilie mit Aktien oder in meinem Fall mit ETFs herausziehen? Und zwar hast du dir ja vor dem Investment eine Strategie ausgedacht und weißt ganz genau, wie viel und wie lange du in dieses Investment reinzahlen wirst. Bei einer Immobilie ist es ganz einfach. Du hast einen Kredit zu bedienen, bis die Summe X, also 200.000, 500.000 oder mehr, in einen bestimmten Zeitraum 10 oder 20 Jahre abgezahlt ist. Und das, was da rauskommt, ist dein Vermögen, das du wirklich aufgebaut hast. Die wenigsten haben das im Hintergrund, wenn man in Aktien oder in ETFs investiert. Du musst im Prinzip, oder so habe ich mir das gedacht, ein ETF ist für mich meine Immobilie. Ich diszipliniere mich einfach dazu, in diesem ETF 10, 20 Jahre Summe X einzubezahlen und schaue dabei zu, wie das Vermögen wächst und durch den Zinseszinseffekt entsprechend noch ein bisschen Schub bekommt. Das beschreibt schon den größten Irrglauben, den viele haben, die noch nicht an der Börse investiert sind. Man muss sich nicht tiefer gehen mit Unternehmensanalysen befassen und das tagtäglich tun, sondern kann entsprechend einige Quellen, Bücher zu ETFs lesen, um einfach eine durchschnittliche Marktrendite von 6 bis 8 Prozent jährlich mitzunehmen. Natürlich gehört auch das Ganze drumherum dazu, dass man weiß, wie Märkte reagieren, wie der Zyklus ist und wie man seine Emotionen im Zaun behält. Aber sobald man sich ausgehend darüber informiert hat, sich darauf vorbereitet, dann heißt es eigentlich nur noch diszipliniert, das die nächsten Jahre, die Jahrzehnte durchzuziehen, um entsprechend eine schöne Alternative zum Sparbuch zu haben. Wobei das Sparbuch ist für mich keine Alternative, sondern eher Geldverbrennung, auf lange Sicht gesehen. Ja, und wenn man aber mehr haben möchte, mehr Rendite haben möchte, dann ist es natürlich was ganz anderes. Wenn man das nächste Amazon finden möchte, das nächste Apple und sein Vermögen entsprechend für 10-fachen, für 100- oder für 1000-fachen möchte, dann muss man sich natürlich ausreichend oder ausgiebig mit Unternehmensanalysen auseinandersetzen und das Ganze ganz anders angehen als so ein Bein-Hot-Anleger für mich, der einfach nur bequält in ein ETF investieren möchte. Jemand sitzt im Schatten, weil dort jemand vor langer Zeit einen Baum gepflanzt hat. Und ich möchte das einfach runterbrechen darauf, dass viele Menschen nicht bereit sind, heute schon etwas für die Zukunft zu tun. Viele sagen sich, ich möchte heute das Leben genießen und was kümmert mich, was später sein wird. Und das könnte fatal sein, weil auf dem Weg dahin, sich ein Vermögens aufzubauen, in dem man investiert, fühlt man sich immer freier und freier. Und es gibt nicht dieses Schwarz-und-Weiß-Denken. Ich möchte den Beweis antreten, dass man auch währenddessen das Leben genießen kann. Ich war letztes Jahr in Japan, habe vor einigen Jahren einfach die Westküste Amerikas von San Diego bis nach Portland hochbereist. Und das ist alles möglich, indem man sich Prioritäten setzt. Klar kann man sich nicht sofort alle Wünsche auf einmal erfüllen, aber es ist trotzdem möglich, indem man wirklich vorausplant, geduldig und diszipliniert bleibt, sich ein schönes Leben zu ermöglichen. Wenn der Markt steigt und steigt, sieht jeder wie ein Genie aus. Erst wenn es schlecht läuft, sieht man, wer tatsächlich eine gute langfristige Strategie hat. Und das ist mein großer Appell an dich, wenn du gerade erst anfängst oder noch nicht angefangen hast mit Investments. Schau dir an oder hol dir natürlich viele Inspirationen, mach dir ein großes Gesamtbild über alle Investment-Asset-Klassen und dann entscheide für dich selber, in was du investierst, wie viel du entsprechend reinstecken möchtest und wie viel du an Rücklagen hast für die schlechten Tage. Es ist ungemein wichtig, dass du nicht einfach blind irgendwelche YouTubern folgst, genauso wie mir, nur weil kurzfristig etwas gut läuft, sondern du musst etwas finden, was zu deiner Situation passt, womit du wirklich jahrzehntelang gut schlafen kannst. Darum geht es letztendlich, weil über die Zeit werden sich all die Investments an der Börse tatsächlich auszahlen, außer du investierst nur in wenige Aktien und errichtst genau die Unternehmen, die in so einem Crash untergehen werden. Gucken wir jetzt mal rein. Ja, viel hat sich da nicht getan. Ich habe eine weiterhin schöne Rendite, die sich um die 10.000 bewegt. Die ist jetzt runter auf 9.000. Die ganze Woche war es so, dass es irgendwo sich zwischen 10.000 und 9.000 bewegt hat und wenn ich das Ganze jetzt einfach mal morgen oder heute verkaufen würde, dann hätte ich doch eine ordentliche Rendite übers Jahr gesehen, wenn ich jetzt einfach mal 9.000 durch zwei Monate teile. Da sind das schon 750 Euro, die monatlich reingekommen werden, was sich nicht schlecht anhört, aber mein persönliches Ziel ist eigentlich eine ganz andere Hausnummer, wenn einfach mal jährlich 90.000 an Rendite reinkommen, dann ist das schon eine ganz andere Nummer und das ist doch ein schönes Ziel, denke ich mal. Ich hoffe, das Ganze hilft dir dabei motiviert zu bleiben, dass auch die Zitate dabei helfen, deinen Fokus zu halten. Wenn das so ist, unterlass mir einen Daumen hoch und wenn du weiterhin sehen möchtest, wann ich endlich einen sechsstelligen Betrag im Depot erreiche, dann abonniere meinen Kanal und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Bleib gesund, alles Gute, danke. Bleib gesund, alles Gute, danke.